Hallo zu einem weiteren Video aus Kreta. Diesmal vom Previli Beach, genannt auch dem Palmenstrand. Eigentlich wollte ich ja gar kein Video drehen. Ich wollte hier nur zum Baden herkommen und ein bisschen den Palmenwald anschauen. Aber ich habe hier so tolle Locations gefunden. Da musste ich wirklich auf den Auslöser drücken. Das war der absolute Wahnsinn. Also wenn ihr das Video anschaut, wird es ja wirklich nicht bereuen. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Wahnsinnig schön. Für mich ist das ein super Ort zum Baden. Genial, super, super schön. Jetzt bin ich schon ziemlich weit hinten in der Schlucht. Wow, schaut euch das an, da geht es noch weiter. Genial. Ist das geil oder nur geil? Ja, da geht es noch weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Den schönsten Ort Kretas verlasse ich noch wieder und mache mich auf den Rückweg zum Strand. Ja, es war wieder ein super, super schöner Tag. Eigentlich wollte ich mir ja bloß den Strand anschauen, ein bisschen mehr nicht. Und jetzt bin ich doch fast den ganzen Tag hier hängen geblieben in dieser Schlucht. Einzigartiges Erlebnis. Muss man unbedingt machen, wenn man auf Kreta ist. Also, bis dann. Ciao. Eigentlich wollte ich ja hier gar kein Video machen. Ich habe mir gedacht, gehst du ein bisschen an den Strand, schaust du den Palmenwald an und das war es dann auch. Aber dann, wenn man immer weiter in diese Schlucht hineingeht, da wird es ja so traumhaft schön. Und es gibt so tolle Badeplätze. Da habe ich mir gedacht, ich muss doch ein paar Videoaufnahmen machen und die bei YouTube zeigen. Aber es hat sich auch wirklich voll rentiert. Mir hat es wirklich super, super gefallen. Es waren echt tolle Locations. Ja, dann verabschiede ich mich auch. Danke, dass ihr dabei wart. Mach es auch ganz kurz. Bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.